Radio SAW. Klasse. Übersetzt. Was heißt das auf Deutsch? Mit eurer Klasse und Englishman Warren Green. Heute Walking on Cars and Speeding Cars. Heißt Schnellfahrende Autos. Wurde Klasse übersetzt von der Klasse 7b des Editha-Gymnasiums in Magdeburg. Und die Geschichte erzählen euch Dieren und Leon. So if I stand in front of a speeding car... Wenn ich vor einem Schnellfahren Auto stehen würde, würdest du mir dein kleines Herz geben? Sag es mir, steh zu uns beiden. So wird es jeder wissen. Also er möchte, dass sie zu ihm steht. Denn scheinbar tut sie das nicht. Wenn ich vor einem Schnellfahrenden Auto stehen würde, würdest du mir sagen, wer du bist, was du magst? Wenn ich es richtig machen würde, was würdest du dazu sagen? Wie kann ich lieben, ohne dass es jemand mitbekommt? Er ist unglücklich. Er liebt sie. Und ich glaube schon, dass sie ein Paar sind. Aber sie will die Beziehung, warum auch immer, geheim halten. Und er will das nicht mehr. Sag doch einmal Geheimnis. Ich brauche es sowieso nicht. Ich weiß, dass du es spüren kannst. Sag mal, kann es sein, dass beide schon in einer Beziehung sind und eine Affäre haben? Hört mal. Wir singen. Das ist der sicherste Weg, um niemanden zu verletzen. Du gehst zurück zu ihm und dann gehe ich zurück zu ihr. Was meint ihr denn? Worum geht es hier? Ich finde, es ist irgendwie eine dramatische Geschichte über die Liebe. Dass man auch so etwas verzweifelt ist. Speeding Cars, Klasse übersetzt von der Klasse 7b des Edita-Gymnasiums in Magdeburg, könnt ihr euch jederzeit anhören in der SAW-Mediathek im Internet. Egal wo euer Schule ist, ob in Sachsen-Anneid, Sachsen, Thüringen, Brandenburg oder Niedersachsen. Ich komme zu euch in die Klasse. Ihr müsst euch nur bewerben.